Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Serie, in der es um die Netzwerktechnik geht. In diesem dritten Video werde ich mich mit dem Aufbau von IP-Adressen befassen und erläutern, wie Router kleine Netzwerke erweitern. Die hier vorrangig behandelten IP-Adressen werden auch logische Adressen genannt und gehören im OSI-Schichtenmodell zur Layer 3, zum sogenannten Network Layer. Zunächst nochmal einen Blick auf ein kleineres Netzwerk, das ohne Router auskommt. Ich habe das in meinem letzten Video näher erläutert. In diesem Fall ist es so, dass auf Ebene des Netzwerkes zur Vermittlung der Datenpakete lediglich sogenannte MAC-Adressen eingesetzt werden. Es werden hier keine IP-Adressen eingesetzt. Der Switch wird dabei eine sogenannte Serial-Adress-Table aufbauen, in der er die MAC-Adresse des einzelnen Teilnehmers seinem eigenen Anschlusspunkt zuordnet, wodurch er gezielt ein Paket von einem Teilnehmer zu dem Zielteilnehmer senden kann. Das Ganze ermöglicht nun auch, parallele Verbindungen innerhalb des Netzwerkes aufzubauen. Es ist zwar so, dass in so einem Netzwerk auf dem Computer selbst auch mit IP-Adressen gearbeitet wird, der Datenverkehr im Netzwerk allerdings lediglich aufgrund von MAC-Adressen gesteuert wird. Der Nachteil daran ist, dass sie keine klare Trennung der Teilnehmer untereinander herbeiführen können und auf diese Weise kann auch keine Verbindung ins Internet geschaffen werden. In diesem Bild sehen wir nun ein größeres Netzwerk, das mit einem Router arbeitet und mehrere Netzwerke miteinander verbindet. Eine Aufgabe eines Routers ist es nun also, mehrere Teilnetzwerke, die über Switches arbeiten, miteinander zu verbinden. Das heißt, das oben gezeigte Netzwerk mit dem Switch ist jetzt ein Bestandteil dieses größeren Netzwerkes. Innerhalb dieses Netzwerkes wird tatsächlich der Datenverkehr wiederum nur über MAC-Adressen gesteuert und so erhält auch der Router an dieser Schnittstelle eine MAC-Adresse, über die er mit dem Switch kommuniziert. Wird nun aber ein Datenpaket von einem Teilnehmer gesendet mit einer bestimmten IP-Adresse, so wird eine bestimmte MAC-Adresse zugeordnet und das Ganze kann dann in andere Netzwerke geroutet werden. Darauf werde ich in späteren Videos noch genauer eingehen. Wie bereits gesagt, arbeitet der Router mit sogenannten IP-Adressen, die der Schicht 3, dem Network-Layer angehören. Auf dem Router gibt es nun sehr viele Möglichkeiten, den Datenverkehr zu steuern. Dabei können auch bestimmte IP-Adressen gesperrt werden, sodass ein bestimmter Datenverkehr zugelassen wird oder gesperrt wird. Das gilt dann natürlich auch für Teile der Netzwerke, sodass bestimmter Datenfluss nur von einem Netzwerk zum anderen, aber nicht in ein weiteres Netzwerk möglich ist. Wie bereits gesagt, können mithilfe von Routern sehr viele Netzwerkfunktionen aufgebaut werden. Eine Funktion möchte ich hier besonders herausgreifen, nämlich das Bilden logischer Netzwerke. Bestehen zum Beispiel in einem größeren Verwaltungsgebäude etagenweise Netzwerke, die mit Switches arbeiten. So kann über den Router, wenn er denn entsprechend eingestellt wird, dafür gesorgt werden, dass bestimmte Teilnehmer, hier gelb markiert, zu einem logischen Netzwerk miteinander verbunden werden, sodass aus Sicht dieser Teilnehmer dieses Netzwerk besteht und vor allem eine vollständige Trennung besteht zu dem hier rot markierten Netzwerk. Obwohl die Verbindung hier innerhalb des Switches vorhanden ist, werden diese beiden Teilnehmer so agieren, als seien sie in völlig getrennten Netzwerken unterwegs. Das ist natürlich eine sehr wichtige Aufgabe in größeren Anlagen, damit keine Daten ausgetauscht werden können, in Fällen, wo das nicht erwünscht ist. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich nun auf den Aufbau der IP-Adressen und der sogenannten Netzmasken eingehen und einige weitere Informationen zu IP-Adressen liefern. IP-Adressen werden heute in der Version 4 verwendet und auch in der Version 6. Man bemüht sich seit langer Zeit die IPv4-Adressen abzuschaffen und vollständig durch IPv6-Adressen zu ersetzen. IPv5 gibt es übrigens nicht. Bisher ist das allerdings nicht gelungen, sodass Stand heute im Jahr 2021 beide Adresstypen nebeneinander verwendet werden. IPv4-Adressen haben insbesondere den Vorteil, dass der ganze Aufbau von Netzwerken und deren Vermittlungstechnik anhand dieser Adressen deutlich einfacher zu verstehen ist als bei den wesentlich komplexeren IPv6-Adressen, so dass zumindest in basislegender Fachliteratur fast ausschließlich die Netzwerktechnik mithilfe der IPv4-Adressen erläutert wird. Bevor ich nun auf den Aufbau der IP-Adressen eingehe, möchte ich zunächst ein spezielles Gerät herausgreifen, einen sogenannten Heimnetz-Router, hier eine FRITZ!Box von AVM. Es gibt viele solcher Geräte von verschiedenen Herstellern. Dies ist also ein Spezialfall, die sogenannte FRITZ!Box. Diese Geräte werden häufig Router genannt, da eine ihrer Hauptfunktionen tatsächlich das Routen in das Internet ist. Allerdings muss man diese Geräte als komplexe Vielfachgeräte auffassen, die sehr viele verschiedene Netzwerkfunktionen realisieren, zum Beispiel auch WLAN-Verbindungen. Sie enthalten in aller Regel auch ein sogenanntes Modem. Das sind also keine reinen Router, sondern Geräte, in denen sich auch ein Router befindet. Heimnetz-Router bilden das ganze Netzwerk nach außen hin, also ins Internet mit einer einzigen IP-Adresse und auch mit einer einzigen MAC-Adresse ab. Das heißt, die IP und die MAC-Adressen der einzelnen Teilnehmer sind nach außen hin nicht sichtbar. Dazu wird dem Router von außen, wenn er sich denn ins Internet einwählt, eine IP-Adresse zugeordnet, die weltweit in dem Augenblick eindeutig ist. Diese ist allerdings in der Regel maximal 24 Stunden gültig. Will man nun diesen Router immer mit der gleichen IP-Adresse erreichen, so ist es notwendig, ein dynamisches DNS durchzuführen, auf das ich in diesem Video allerdings nicht näher eingehen werde. Ich werde gleich den Aufbau von IP-Adressen näher erläutern. Dabei kommen auch private IP-Adressen vor. Die werden grundsätzlich von Internet-Routern nicht geroutet. Wichtig zu wissen bei der ganzen Thematik um die IP-Adressen ist auch, dass innerhalb eines Teilnetzwerkes jede IP-Adresse nur einmal vorkommen kann. Da aber nun dieser Router das gesamte Netzwerk nach außen hin nur durch eine IP-Adresse abbildet, ist man in der Wahl der IP-Adressen, die man innerhalb dieses Netzwerks verwendet, recht frei. In größeren Anlagen werden allerdings keine Geräte mit vielen Funktionen verwendet. Dort werden in aller Regel reine Router eingesetzt. Hier ein Beispiel von Cisco aus der 4300er Serie. Diese werden dann in aller Regel mit sogenannten Switches verbunden, wie sich das ja auch oben in den Bildern gezeigt hat. An die Switches werden nun über LAN-Kabel oder auch andere Verbindungen die einzelnen Teilnehmer angeschlossen. Nun zum Aufbau der IP-V4-Adressen. IP-V4-Adressen bestehen aus 32 Bit. Das heißt, die einzelne Adresse besteht aus 32 Informationen, die jeweils aus einer 0 oder einer 1 bestehen. Auf den Kabeln entspricht dabei die 0 in der Regel 0 Volt und die 1 entspricht in vielen Fällen 5 Volt. Um die IP-Adressen besser lesen zu können, werden diese in 4 Byte aufgeteilt. Das geschieht einfach dadurch, dass man hier eine räumliche Trennung einfügt. Das heißt, die 32 Bit bestehen nun aus 4 mal 8 Bit, also 4 mal 1 Byte, im deutschen Sprachraum auch Oktett genannt. Zur besseren Lesbarkeit werden nun die einzelnen Byte jeweils in Dezimalzahlen umgerechnet. Diese Umrechnungsprozedur sollten Sie dann gut beherrschen, wenn Sie häufiger mit Netzwerken und deren Konfiguration zu tun haben. Ich zeige daher nun einmal sehr grob und einfach die Umrechnung einzelner Bytes in die entsprechenden Dezimalzahlen. Im Extremfall stehen alle 8 Bit auf 0. Daraus würde sich dezimal ausgedrückt die 0 ergeben. Wir sehen hier ein Beispiel. Diese 8 Bit sind 0. Die entsprechende Dezimalzahl ist auch 0. Im Extremfall stehen alle 8 Bit auf 1. Daraus ergibt sich die Dezimalzahl 255. Das ist also die größte Zahl, die hierbei vorkommen kann. Größere Dezimalzahlen als 255 kann es in einer IP-Adresse nicht geben. Hier einmal beispielhaft die Umformung der 8 Bit, die auf 1 stehen, in die entsprechende Dezimalzahl. Die erste 1 muss multipliziert werden mit dem Wert 2 hoch 7, die zweite mit dem Wert 2 hoch 6 und so weiter. Und die entsprechenden Zahlen werden nun addiert. Das heißt, 8 mal die 1 ergibt sich zu 1 mal 2 hoch 7 plus 1 mal 2 hoch 6 und so weiter bis 1 mal 2 hoch 0. Die 2 hoch 7 steht dafür für die 128, 2 hoch 6 ist 64 und so weiter bis 2 hoch 0. 2 hoch 0 ist 1. Addiere ich nun diese Zahlen zusammen, die 128 plus der 64 plus der 32 und so weiter. So komme ich auf 255, Dezimal ausgedrückt. Wie bereits gesagt, kann damit die kleinste IP-Adresse nur die 0000 sein und die größte vorkommende Adresse heißt 255, 255, 255, 255. Keine IP-Adresse wäre allerdings dieses Beispiel, weil an dieser Stelle eine Dezimalzahl vorkommt, die größer ist als 255. Bevor ich nun den Aufbau der einzelnen Adressbereiche in ihrer Gesamtheit beschreibe, gehe ich auf einen Spezialfall ein, das sind die sogenannten privaten IP-Adressen. Wir sehen hierfür die Klasse A, deren Zustande komme ich gleich noch erläutern werde, die Klasse B und die Klasse C, die privaten Adressräume. Man kann allerdings nur dann von Klassen sprechen, wenn man jeweils die sogenannten Standardmasken dazu verwendet. Verwendet man keine Standardmasken, so handelt es sich um eine klassenlose Adressierung. Die privaten Adressen haben insbesondere die Eigenschaft, dass sie im Internet nicht geroutet werden. Auf anderen Routern, die nicht unmittelbar mit dem Internet zusammenhängen, werden sie aber durchaus geroutet. Diese Klasseneinteilung, die ich hier schon angedeutet habe, ist eher ein historischer Aspekt, der allerdings das Verständnis der IP-Adressierung durchaus erleichtert. Wie bereits gesagt, ist es allerdings nur dann sinnvoll, von Klassen zu sprechen, wenn man dabei die sogenannten Standardmasken verwendet. Die oben bereits erwähnten privaten IP-Adressen sind jeweils nur ein kleiner Bereich der entsprechenden Adressbereiche A, B und C. Wir sehen hier den Adressbereich für die Klasse A und wiederum die entsprechende Standardmaske. Entsprechend die Adressbereiche für Klass B und Klass C. Klass D und E habe ich hier ausgelassen, da sie in der praktischen Anwendung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich nun erklären, wie es zu dieser Klassenbildung kommt, warum gerade die entsprechenden Adressbereiche entstehen und wie die sogenannten Subnetzmasken aufgebaut sind. Eine Klass A-Adresse zeichnet sich dadurch aus, dass das erste Bit innerhalb dieser 32 Bit dieser Adresse auf 0 steht. Das ist der Kern dieser Aussage. Der niedrigste Wert, der sich damit für eine Klass A-Adresse ergeben kann, ist der, dass sämtliche weitere Bit ebenfalls auf 0 stehen und ich somit dezimal auf 0.0.0.0 komme. Der höchste Wert, der nun innerhalb einer Klass A-Adresse entstehen kann, dann ist der, dass sämtliche weitere Bit auf 1 stehen. Dabei entsteht die Adresse 127.255.255.255. Das ergibt sich für diese drei Byte jeweils daraus, dass eben bei der entsprechenden Umrechnung die 255 entsteht. Fürs erste Byte steht ja das erste Bit auf 0, sonst handelt es sich nicht um eine Klass A-Adresse und rechne ich nun diese 7 Bit Dezimal, so entsteht dabei die 127. Eine Klass A-Adresse muss sich also in diesem Adressbereich befinden. Beispiele, die 124.123.68.07 ist eine Klass A-Adresse, wenn sie denn mit der Standardmaske zusammen verwendet wird, da sie sich in diesem Bereich befindet. Die 124.299.6807 ist überhaupt keine IP-Adresse, da der Wert 299 die 255 überschreitet. Die 192.124.6807 ist durchaus eine gültige IP-Adresse, da die 192 aber außerhalb dieses Adressbereiches liegt, nämlich überhalb von 127, handelt es sich hierbei nicht um eine Klass A-Adresse. Zum Aufbau der Masken. In späteren Videos werde ich die Aufgabe der Masken beschreiben. Daraus geht eindeutig hervor, dass die Maske ebenfalls über 32 Bit verfügen muss. Auch die Maske wird nun natürlich in eine entsprechende Dezimalzahl umgerechnet, damit es einfacher zu lesen ist. Es gibt aber auch die sogenannte CIDR Notation, wodurch die Maske etwas einfacher zu lesen wird. Hier ein Beispiel. Die IP-Adresse 124.123.6807 wird hier mit der Standardmaske 255.0.0.0 verwendet. Das Ganze kann man auch so notieren, dass die Maske einfach durch die Zahl 8 dargestellt wird, was nichts anderes bedeutet, als dass die ersten 8 Bit in der Maske auf 1 stehen. Hier aber mal zwei Beispiele. Es handelt sich hierbei jeweils um die gleiche IP-Adresse aus dem Bereich A. Hier wird diese IP-Adresse mit der Standardmaske verwendet, entsprechend hier mit der 8 notiert. An dieser Stelle wird jedoch keine Standardmaske eingesetzt, sondern es stehen nur die ersten beiden Bit in der Maske auf 1, wodurch die dezimale Notation dieser Maske 192.0.0.0 sein muss. In diesem Fall handelt es sich um eine Class A-Adresse. In diesem Fall, weil ich von der Standardmaske abweiche, spricht man allerdings von einer sogenannten klassenlosen Adresse. Ich habe nun gezeigt, wie sich der Adressbereich der Klasse A ergibt. Und zwar aus der Überlegung heraus, dass das erste Bit im Bereich der Class A-Adressen eine 0 sein muss. Im Bereich der Class B-Adressen ist es nun so, dass hier vorgeschrieben ist, das erste Bit steht auf 1, das zweite auf 0. Bei Class C-Adressen gilt, dass sie mit 1 1 0 beginnen müssen. Class D-Adressen beginnen mit 1 1 1 0 und Class E-Adressen beginnen mit 4 1 0. Somit ist es für Router spätestens nach dem vierten Bit eindeutig erkennbar, um welchen Adressbereich es sich handelt. Das ist zwar nur eine randläufige Information, aber die kann man hier durchaus klar wahrnehmen. Schaut man sich nun an, welcher Adressbereich sich für Klasse B-Adressen ergibt und zwar nach dem gleichen Schema, wie ich es oben für Klasse A-Adressen gezeigt habe. So ergibt sich für Klasse B-Adressen der Adressbereich 128 0.0.0 bis 191 255 255 255. Im nächsten Video werde ich darauf eingehen, wie nun die Router tatsächlich anhand der IP-Adresse die Daten zum gewünschten Ziel lenken. Ich werde dabei die Aufgabe der Maske erläutern und wie dabei eine Trennung von Netzwerkanteil und Hostanteil vorgenommen wird. Ja, ich hoffe das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Ich hoffe auch, dass Sie dieser kleinen Serie weiterhin folgen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.